Urdhva-Hasta, Urdhva-Pada-Gomu-Kasana ist eine Variation der Kuh-Maul-Stellung mit erhobenen Armen und erhobenen Beinen. Von vorne betrachtet siehst du hier, wie diese Stellung wie ein echtes Kuh-Maul aussieht. Du kannst aber entweder die Hände zusammenhalten, wie es Rafaela jetzt zeigt, oder du kannst die Unterarme zur Mitte der Unterschenkel hinbringen und so die Unterschenkel noch etwas näher zu dir bringen. Und so wird die Dehnung in den Hüftgelenken noch ein gutes Stück intensiver. Beide Variationen sind möglich. Die erste ist die einfachere. Bei der zweiten sei bitte vorsichtig, um festzustellen, halten das deine Hüften auch aus.